Hey Leute auf YouTube, es ist mal wieder soweit. Ich habe gleich die nächste Waffe auf Obsidian und zwar meine gute alte Grau. Ihr seht hier die Goldtarnung, das ist die Grundvoraussetzung, die ihr erfüllen müsst, um Obsidian freizuschalten. Du musst alle Tarnungen freischalten für die jeweilige Waffe, die du gerne hättest. Und dann hast du sie auf Gold und dann musst du mit einem Sturmgewehr fucking 3000 Kills machen, aber pro Runde mindestens 15 Kills. Früher ging das so, dass du auch so 10 Kills machen konntest, nächste Runde 5 Kills und dann hat es zusammengezählt. Aber seit dem letzten Update habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht mehr. Ich denke, das war eher so ein Bug maybe oder habe nur ich das Gefühl, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich habe das Gefühl, man muss wirklich diese 15 Kills in der Runde machen. Das heißt, 200 Mal 15 Kills, aka 3000 Kills, dann hat man sie auf Obsidian. Ob es das Ganze lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe das Ganze schon bei der Pistole gemacht, könnt ihr gerne ein Video angucken bei der Renetti. Aber heute ist halt mal, wie gesagt, die Grau dran und ich habe mega Bock. Und ich, Iron und Evador, moin, grüße, hey ho, wir gehen jetzt mit dem Multiplayer in die neue Map in Hardhead, die aus MB3 ist. Und ich habe mega Bock, MB3 war mein Lieblingsspiel. Und da werden wir sie jetzt auf Obsidian freischalten und dann natürlich auch ganz kurz eine Runde da mitspielen. Aber jetzt müssen wir erstmal ein Game finden. So, Leute, wir gehen jetzt rein in die Runde. Ihr seht, ich habe meine goldene, grau ausgerüstet mit meinem geliebten Tamagotchi natürlich. Und wir versuchen jetzt möglichst schnell die 15 Kills zu machen, da die Runde jetzt nicht so interessant ist, sondern die nächste Runde mit dem Obsidian-Skin erst richtig spannend wird. Und deshalb versuche ich jetzt mal schnell die 15 Kills zu holen. Ich werde euch das einblenden, sobald Obsidian aufploppt. Und da oben kämpfen die Schweine immer. Und dann sehen wir uns da mit Obsidian erst wieder. Leute, es ist leider im Game nicht aufgeploppt. Schade, deshalb, ja, soll ich machen. Ich habe für immer 20 Kills noch so circa gemacht. Hat nicht reicht. Anscheinend dachte ich mir und dann gehe ich raus. Und ja, die Waffe ist nun Pechschwarz wie der Black Rabbit. Und das rüste ich jetzt noch aus. Das heißt, die Waffe liegt jetzt hier wunderschön am Tisch, wenn das Spiel mal laden würde. In Schwarz genauso wie meine... Ja, ich zeige es euch mal kurz, was ich meinte. Warte, ich lege die jetzt mal beide hier gemeinsam hin auf den Tisch. Ist es nicht wunderschön, eine Renetti in Obsidian und eine Graue in Obsidian auf dem Tisch liegen zu sehen? Ich bin happy heute. Danke fürs Mithelfen. Gerne und gratuliere. Dankeschön. Jo, Glückwunsch. Und mit dieser schwarzen Waffe werden wir jetzt noch ganz kurz in Battle Royale... Ah, in Battle Royale. Ins Multiplayer gehen. Ein bisschen versuchen rumzuballern, wie es so aussieht. Auch in den Lichtverhältnissen, wie sieht es in der Sonne aus und so weiter. Aber nicht mehr auf Hardhead, denn die Map geht mir zur Zeit ziemlich auf die Nerven. Ich liebe die Map, aber ich heiße die Spieler heutzutage. In Modern Warfare 3 war das eine richtig geile Map. Aber jetzt überall kämpft ein Sniper in der Ecke. Macht nie mehr so Spaß. Deswegen suchen wir uns eine andere Map und da gucken wir uns die Waffe noch einmal ganz kurz im Game an. So Leute, wir sind im Game. Wir können uns schon ein bisschen bewegen. Ihr seht jetzt nur diesen schwarzen Klumpen mit meinem Arm. Die Lichtreflektoren sind echt schön. Also hier ein bisschen Sonne hier zu sehen. Und es ist schon geil mit so einem schwarzen Klumpen. Ich weiß, es ist nicht für jeden was. Es ist eine komplette Geschmackssache. Aber für mich als schwarzer Hase, als Black Rabbit, ist es einfach perfekt. Genauso wie meine Renetti in schwarz, was man jetzt hier noch schlechter sieht leider. Aber die Renetti ist ja auch Obsidian. Ich habe jetzt zwei Waffen. Ich habe mit zwei Waffen zu viele Kills gemacht. Sind wir uns mal ehrlich. 3000 Kills, Leute. Ja, das ist krass. Oh, wechseln wir nochmal auf die Renetti, bitte. Jawohl. Jetzt hängt die Waffe vor dir, dann sieht man es noch geiler. Das ist eh gleich eigentlich. Aber ja, wir versuchen mal ein bisschen ein Kiel damit zu machen, wenigstens. Damit ihr seht, wie schön das ist, wenn man damit schießt. Aber ja, im Großen und Ganzen, rennt einfach weg. Da ist eine Sackgasse. Im Großen und Ganzen ist es einfach geil mit der Waffe zu spielen. Ist jetzt nicht meine richtige Klasse. Ist mit Schalter einfach spielt man die Multiple eigentlich nicht. Unbedingt, weil es bringt ja nichts. Und es ist eine richtig geile Waffe. Es ist eine richtige Waffe. Aber hier glänzt sie doch noch besser in der Sonne. Ah, die ist schön. Vor allem mit einem goldenen, ähm, mit einem goldenen, soll ich sagen, Sticker drauf. So wie mein Hund hier. Ist das Ganze nochmal viel sexier, ne? Also, ich feiere es schon hart, aber was sagt ihr dazu? Haut mal in die Kommentare. Ist es, denkt ihr, ist es das wert? 3000 Kills, beziehungsweise, warte mal gerade, ne. Beziehungsweise, noch schlimmer, 200 mal 15 Kills in nur einer Runde zu machen. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Auch ohne Shipment, weil das war leider nicht lang genug da, um das dort abzuschließen. Haut es mal in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, ob sich das lohnt. Ich finde, ja. Und falls ich jetzt noch ein paar coole Kills hier mache, werde ich es noch reinschneiden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Gerne abonnieren, um mich zu verpassen. Schaut auch gerne rein bei der Renetti, wie ich da die kleine Hand knarre. Einfach mal, auch auf Obsidian gemacht habe. Da hat man nur 1500 Kills gebraucht. Das ist alles irre. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Falls ich noch ein paar geile Kills mache, schneide ich es dran. Sonst sage ich schon mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, auch an Evertor und Iron. Ciao, ciao. Ciao. Okay, ab zur Stellung. Stellung verloren. Hier ist Jaguar 3.0. Abdeckung von der Krone aktiv. Vitor laufstation und einsatzbereit. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Deine Deine Appropriation Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020